Beste Freund. Heute ist schönes Wetter. Wo ist Schwanzbob? Oh, hallo Schwanzbob, wie geht's dir? Alles gut? Hallo Patrick, mir geht's gut und dir? Okay, mir geht's gut. Gehen wir zur Schule? Ja, gehen wir. Ah, wo ist mein kleiner Freund? Ah, da bist du ja. Junge, wo ist Schwanzbob? Ich bin traurig, ich will ihn sehen. Ricardo Akash Amir.